Musik Okay, wieder drin. Wieder sprinten, endlich. Wir müssen da hinten hin. Ah, du bist, hä? Du bist 3000 Meter entfernt. Hast du, nein. 3302 Meter bist du entfernt. Na hier. Na hier. Hä, ah, jetzt bist du da. Dein Ding ist mal gerade da oben irgendwo. Zieh mal mir eine Aufnahme. Gucken wir mal die Upgrades an. Upgrades? Ja. Beim Craften. Ringer oder Schaden. Ich weiß nicht, ob ich das lohnen. Super Sprung. Ich kann jetzt höher springen, ein paar Aufgeladenen, um diesen Luftsturm. So. Ich brauch Geld. Geld, ähm, bei den Upgrades für, was holen wir denn am besten nochmal? Kampf. Was war das? Die du einfach mal weggeschleudert wirst. Bleib mal stehen. Warte. Bleib du mal stehen, ey. Ah, verdammt. Goddammit. Immer diese Leute, die sich verwegen. Hast du irgendeine spezielle Sache geskillt oder so? Kann ich das auch? Yay. Nee, kannst du auch. Guck. Lieg's da. Wow, ist der Jump hoch gewesen. Yeah, haha. Yay. Ja, das kommt vor. Ja, so, was machen wir jetzt? Ähm, Mission, oder? Oder wollen wir erst noch weiter die Dinge einsammeln und unsere Skills hochhauen? Wir können auch hier gerade die Aliens abschlachten. Können wir auch, wenn nicht wüsste, wo die sind. Oder wo du grad bist. Wo ich bin. Oh, hat nicht geschafft. Schade. Oh, ich bin gleich tot. Glaube ich. Ach, da hinten. Oh, du hast ja ordentlich welche geholt. Wo bist du? Was ist wieder da? Ja, ich schlachte grad einen Aliens ab. Ich komm gleich mal zu dir im Moment. Ach, da oben sind sie. Oh, ja. Guck mal, diese Cops, ey. Boah, das ist echt hart hier. Oh, ah, jetzt kommt wieder so ein Wächter. Cool, jetzt kriegen wir, glaub ich, neue Fähigkeiten, oder? Das weiß ich nicht. Boah, ist dein Fiel. Dann war die Gesundheit gerade ziemlich, äh, niedrig. Oh, wow. Meine Leben sind halt so niedrig gerade. Wie lädt man die auf? Wenn du, äh, Passanten sowas ummoscht. Okay. Kriegst du auch so blaue Herzchen. Jo, dann, Achtung, Passant. Hier ist ein paar Sand. Ah, cool. Tankstellen gehen auch in die Luft. Das ist cool zu lösen. Ah, ich hoffe, ihr... Oh, nein. Ich will dafür keine Schrotfilmen-Munition verwenden. Passanten-Daseiner. Äh, jo. Ich wollte eigentlich gleich mal wieder rüber. Sorry. Du bist eh nur eine digitale Figur. Nur. Boah, ich kipp gleich um, ey. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Da drüben. Ich komme. Oder soll ich immer so ein Auto nehmen? Ah, ich kippe ihn. Ist hier Dinger raus? Ach, egal. Das ist scheiße hier. Ich will doch nur ein bisschen Leben einsammeln. Ich will nicht meine Mission verschwenden dafür eigentlich. Ich will doch nur ein bisschen Leben einsammeln. Wenn ich jetzt voll bin, komme ich wieder zu dir. Oder zu dem Unruheherd. Gesundheit auffrischen. Joa, ich hab ja ein bisschen was. So, wo war nochmal der Unruheherd? Beziehungsweise, wo bist du? Wo ich jetzt bin. Ich komme. Ah, verdammt, sag doch was. Das ist so ein Vieh. Ja, hab ich doch. Hier. Das ist so ein Vieh. Wow, bin mal ganz ruhig. Großartig. 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 Ich seh gar nicht aus. Großartig. Großartig. Komm schon Da ist er Ah Kräfte können sie mit seinem Schild runterhauen Nicht getroffen verdammt Ah ja wir müssen jeweils immer hier ähm Schilde Ah Quatsch Dings draufhauen Wieder so ein Vieh Das war selber ähnlich oder ähnlich wie von vorhin da ne Hat er nicht geraten Hat sie gar nicht wieviel Leben der noch hatte mal Ist das mit Lebensanzeige von dem Ding Ne Hast du denn endlich viel Leben Ne Das sieht man wohl grad nicht Wenn es die Schilden auf sind benutze deine Macht Ja Achso wir müssen das zu zweit machen Das heißt ich muss auch ähm Schild draufhauen Wenn der einmal eingefroren ist Genau mach sein Schild weg mit ner Fähigkeiten dann mach ich auch Ich hab grad irgendwie Cooldown gehabt So jetzt Achtung dein Schild Dein Ding Wah Jetzt werd ich angerufen Weil's gleich Essen wenn man es gibt Dann müssen wir hier vielleicht einen Aufnahmsstopp gleich machen Dann haben wir das Vieh noch und dann Ajo Muss ich auch gucken Weil bei mir hat auch irgendjemand auf die Mailbox gequatscht Guck hin, guck hin, der Finisher Damn, jetzt spring ich wieder in das Vieh rein Schon wieder Ja, ich war zu weit weg Jetzt geht's wieder um Jetzt geht's wieder um Yay Kletterst du immer rein Was gibt's Neues für ne Fähigkeit Gibt's überhaupt was Neues Oder gibt's nur Punkte Es gab nur Punkte glaub ich irgendwie Gibt's Gucken Ja, es gab Punkte Die ist übelst stark ey Ich kann jetzt ankommen Wuff Das Auto erstmal wegschlüpfen Oh ja Naja Wo willst du hin? Oh Irgendwo gegen fahren Übelst umgerannt Hehehehe Hehehehe Oh ist das geil ey Du musst mal mit Full Speed zu jemandem rennen Und dann die ganze Zeit F drücken Wenn du so in der Nähe Vor allem wirst Achso F macht einen Trip gell Ja Wow Kann sich das Auto wegtreten Warte Warte Was soll das? Auto hat mich erschlagen Was ich weggetreten hab Oh Haha Ach du Kacke Hehehe Scheiße Was denn? Hast du das gesehen? Ich hab auf einen zu gerannt Hab den umgeschmissen Die beide gepackten über meinen Rücken geworfen Ja Wenn du hinrennst F drückst Hahaha Das sind schon so übelste Wrestling-Tricks ey Also wer bei mir gerade so zuguckt der sieht gerade übelst die Alter Äh ja das ist überhaupt nicht gewaltvererlich in dir So einer Frau möchte ich nicht begegnen Aua War das den Bug bin ich grad durchgelaufen halt? Ne bin ich nicht Ich dachte grad schon Au Du hast gesagt so einer Frau würdest du nicht begegnen aber du hast doch deine äh Ja aber nett aber nett die so Moves macht die auf dich zu gerannt kommt und dich einfach wegkickt ey Hier steht ein Schild You like it here Nein Nein Ich hab die Mama gehauen Guck dir an Guck dir an Guck dir an Hahaha Schee Alter Alter Der war krass Nein ich wollte das Motorrad haben Oh guck mal da kommen wieder hier so Freunde von uns Freunde von uns Freunde von uns wo? Ja hier Ich bin ausgestiegen und bin eingestiegen Warte ich will Ja man genau so Hahahaha Das ist übelst geil ey Und übelst laune Ja so wie geht ihr halt Open World Style Wenn ich jetzt hier rumfliege war da irgendwo Gegenphase und ist krass Oh hier ist ein Speck hier ist so ein Rocker Warte den hole ich mir jetzt Den Rocker? Ja Oh Da sind schon wieder so Typen All hail to me Alter Mach schon mal weg hier Ja was machen wir jetzt Ist die Frage noch in den Quest noch oder Obwohl bei uns gibt es Essen also ich müsste mal kurz hier aufnahm stopp machen Sagen wir machen einen kleinen Cut Und wir stellen uns einfach irgendwo hin dass man auch wirklich eindeutig sieht dass wir aufgehört haben Da oben aufs Dach oder so bei dem Wassertank Ne lass hier hoch gehen hier ist noch so eine Disc auch So ein was ein Ding? So eine Datensammel Egal hab's schon Ja ich steh grad ups irgendwie auf dem Dach von Hier oben drauf Ja warte ich komm zu dir Dum 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 Oh es wird schon wieder geballert hier Oh da ist ein Typ mit nem fliegenden Ding Alter der kann fliegen Ich will auch Er kann fliegen Hier die Branche So kann man es auch machen Ja gut Ja mal einen kurzen Aufnahmestopp Genau wir sehen uns dann gleich wieder nach dem Cut Je nachdem weißt du noch was Folgenende ist Vielleicht noch mittendrin Wir schneiden die dementsprechend aber 15 Minuten Pause Dann tschüss Tschüss